so herzlich willkommen zu back to saturn x2 level 3 ja ja mir ist aufgefallen die letzten beiden folgen von back to saturn waren ein bisschen hell die erste folge zum ende hin das liegt daran mir ist aufgefallen dass die neue gz-doom-version kein hardware gamma unterstützt heißt also die gamma wert korrektur die ich durch vorgenommen habe wurde software seitlich gemacht dementsprechend ja natürlich auch sichtbar in der aufnahme jetzt muss ich also wieder so wie ich ganz früher gemacht hatte immer über die konsole den hardware gamma wert ändern also direkt über die grafikkarte wieder hardware beschleunigt so dass man es in der aufnahme wieder nicht sieht und die aufnahme wieder ganz normal ist hatte ich ja nicht gewusst gehabt ist mir nur später beim durchgucken der aufnahme aufgefallen so 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 Okay. Uh-oh. Boah, Alter, was geht denn hier ab? Okay. Digger! Digger! Hopfa! Oh. 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 äh, also gerade eben erledigt haben Okay, gut. Sieht hier passiert schon mal ruhig aus. Dann, äh, nutze ich die Gelegenheit gleich mal um zu speichern Ups Wow, du Scheiße Okay, wow. Oh nein, keine Kaku-Dimen. Doch, Kaku-Dimen. Wow, 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 Leute, nutze ich die ab What? From where, denn? Ach da Ah Der Raum, den wir haben gesehen von der, äh, vom Anfang gemessen Gut, die haben wir jetzt mal aufgeräumt Ne, ich hatte auch noch was Wow Digga, was je Das hier gefällt mir, die Sand Äh, ich geh einfach mal hier in die Richtung Äh, wo muss ich jetzt lang? Okay, jetzt kommen wir aufgeräumt Oh Gott, oh Gott, oh Gott Äh Was da Was da Oh Was da Was da boah alter ich muss schon zugeben es geht hier gerade ganz schön heftig ab was ist hier los leute ach so hier kann man gerade aus und rum und rum ja das war das ding genau ok ich höre kacko demon was geht ich höre sowas von kacko demon das war schon fast klar ok der schaltest wahrscheinlich für die andere seite wo das wahrscheinlich auch einer ist jawoll war doch klar muss ich wieder hoch oder die automatisch hoch oder wieder was ich trau mich nicht also ist ein schalter ah hier sind wir also und wenn ich aber wo geht denn die andere Tür hin ich bin wieder hier ok also was haben wir jetzt haben wir gelben schlüssel bekommen hier waren wir runter hier geht es nirgends ach so doch hier geht es noch weiter ach so jetzt bin ich wieder hier ok wow äh boah alter ah man möchte uns was sagen ach du scheiße äh war das gut oder eher nicht so ist das jetzt hier gut oder nicht so wahrscheinlich eher nicht so ach du scheiße so hier war einfach ein schalter okay brauchen wir jetzt einen roten kiet doch die frage ist warum müssen wir jetzt hin ja kommt klappe halten hier äh oh hier sind schalter warum sagt das denn keiner oh ok hätte man also auch so bekommen ah es ist hier offen das bringt das genau was Leute wo muss ich denn jetzt hin wir haben gelben schlüssel erhalten wir haben irgendeinen schalter gedrückt können wir hier irgendwo hin da unten geht es irgendwie weiter naja haben wir bereits alles gedrückt was man drücken kann auch wenn ich nicht weiß ob das alles gut war was wir gedrückt haben wir haben es auf jeden fall gedrückt damit ist unsere schuld erstmal beglichen und ich wusste gerne was weiter geht hier geht es auch nicht rein wo die pinkies waren sequels gibt es hier auch keine jetzt sind wir wieder hier boah sag mal hallo gut ich geh nochmal den weg hier lang vielleicht da war ja noch eine andere seite wenn ich mich nicht ganz falsch irre nicht ganz falsch entsinne ging es ja auch noch in die richtung hier weiter mal gucken was hier so ist oh ja sieht aus als wenn es hier weiter gehen würde ach so kann da komme ich ok wo muss ich jetzt hier hin gibt es hier was ach du scheiße wollt ihr mich ficken ach du scheiße wollt ihr mich ficken boah alter ach du scheiße ist er weg ja er ist weg das sieht mir so nach treppe aus kommen wir hier wieder runter ach hier muss ich raus ne hä war ja schon noch ältere monster die question ist wie komme ich da hin wie kommt man da legal hin scheinbar gar nicht oder soll man da gar nicht drauf na gut dann halt erstmal nicht wir haben jetzt den roten schlüssel bekommen äh mit dem roten schlüssel können wir jetzt den roten schalter da öffnen was auch immer der nein das sollte ich nicht mit dem roten schlüssel können wir jetzt den roten schalter öffnen was auch immer der jetzt macht ach du scheiße er macht auf jeden fall nichts gutes oh mein god geh nochmal auf hier halloja der egal wie viele boah das ist auch einer hab ich doch mein ultimativ verwundbar äh unter unverwundbares master schief ja easy ok äh jetzt hast du ok oh 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 ach du scheiße wie digger warum haben wir haben die dauerfeuer das ist nicht legal oh oh da kommt greift er gar nicht an das kann ich sehr gut okay habe ich nichts getan geht es hier weiter ja okay hätten war jetzt müssen wir nur noch alle sequels finden jetzt gibt es zwei sequels finden wir die fragezeichen gut, erstmal uns hier auffüllen was das angeht das und das und überhaupt so dann gucken wir mal was können alle sequels sein what fuck hier waren wir bereits ha 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 nope da geht es gar nicht weiter in die richtung da geht es gar nicht weiter in die richtung da geht es gar nicht weiter in die richtung Ah! Wow! Na gut Immerhin ein bisschen Rüstung Keine Schaden Gut, mir gibt es hier erstmal nicht zu sehen Ne Ah ja, Klappe So Raketen haben wir auch eigentlich voll Gut Wir müssen gucken, ob es im Umfeld die Sachen gibt Ich glaube, man kommt, dass das jetzt Sequels sind, weil die kann man normalerweise wahrscheinlich gar nicht raus Gut 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 Ne, jetzt sind wir noch nicht hier kurz. Gut, dann stellt sich die Frage, wo war ich noch nicht? Oder wo habe ich noch was übersehen? Hier draußen? Ach so, das ist der Bereich. Okay, dann haben wir noch mal so mega Dings da vom Setter. Ganz nett, aber ansonsten bringt man das auch eher weniger. Hier in der Richtung sieht es aus, als ob wir hier noch nicht alles hätten. Doch, dann, doch, dann ist es hier. Okay, ich weiß gar nichts. Das ist also wirklich kein Außenbereich. So, da waren wir jetzt. Mal gucken, was noch so wie dieser Monster aussieht. Also, wie hier Secret. Okay. Oh, okay, jetzt ist der gleich herum. Das da hinten sieht tatsächlich so aus, als würde ich noch was wäre. Äh, nein, das wollte ich eigentlich nicht. Nee, nicht hier, sondern ein bisschen weiter und dann hier so. Das hier sieht so aus, als würde ich noch was wäre, aber angeblich ist hier nichts mehr. Oh, jetzt bin ich ja wieder hier. Zumindest gibt's ja Rüstung, ne? Äh, ist eine Sache schon. Oh, das ist ja. Der ist ja. Oh, das ist doch. Ich hätte schon gerne das Squid, weil da gibt es viele Punkte für, aber irgendwie will das Spiel nicht, dass ich es hier finde. Ach, mach schon meine Hand, da ist noch was. Okay, wie könnte ich da hinkommen, hier habe ich ja schon probiert, hier auch, hier habe ich auch schon probiert. Okay. 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 Ah, wow. Yay. Ach man, diese scheiß Limitbeschränkung von dieser Rüstung. Naja, was soll's. Okay. Ab in vier. Na komm. Ab und zu hört einfach, es ist einfach mittendrin aufzulaufen. Okay. Oh, sieht aber schön offen aus. Oh oh, und auch die Shotgunner. Oh mein Gott, oh mein Gott. Okay. Ja, das war's mit dem Level. Schauen wir uns vor. Bis gleich. Ich bin einfach mal.